Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Runde. Aber nur einen. Hier ist kalt. Hallo. Hallo. Ach warum als erster? Oder bin ich wieder? Ich bin wieder alleine. Ich bin dritter hier. Aber nicht lang. Au! Was ist denn das für ein Kack-Idea heute? Das ist voll schnell. Oh mein Gott. Wer ist denn noch alles raus? Nur du wieder. Und Maxi halt. Was heißt nur du wieder? Maxi ist ja auch raus. Ja, aber Max, du fährst ja immer alleine. Ich hab ja noch gesehen, dass ich in der Lobby plötzlich niemand zwischen den Charakteren hin und her schreifen konnte. Bei mir knallt es nach dem Laden raus irgendwie. Dann muss man ja schauen, ob man das nächste Rennen ist. Nein, spring ich auch noch falsch. Ich mach fertig, Anne. Du hast mich versucht raus zu rammen. Hier! Du hast trotzdem versucht mich raus zu rammen. Nein, ich wollte nur um die Kurve. Du hast mich gedreht. Überhaupt nicht. Als ob ich am Anfang als Erster jemanden rammen will. Niemals. Du hast ja auch lange gesehen, dass er mich voll in Handel rauskommt. Was macht der hier vorne? Da gibt's überhaupt kein No Denial. Das ist eindeutig. Ey, die Schilder sind bei mir unsichtbar. Ja, bei mir. Ja, die Blocken sind immer gut. Ja, genau. Das geschieht dir recht, Nils. Guck mal, jetzt haust du Rotter raus. Und dann Sachse und dann Freezy. Und Sachse und Freezy hauen die selbst raus. Oh shit, die kommen nicht in die Röhre. Ich weiß nicht, ob du campen kannst. Er kann campen. Ich will den da vorne. Freezy oder Sachse? Freezy. Nee, nee, bleib mal weg. Was willst du denn von dem? Halt, da geht doch gar nicht. Weißt du, das war fein in meinen Momenten. Ich hole mir jetzt den Windschatten vom Sachse. Dann fahre ich daran vorbei. Und dann haue ich ihn raus. Ich war das nicht. Jetzt kommt gleich eine richtig schöne Kurve, wo man richtig eng bleiben kann. Denk an das Karma. Ihr seid alle hängen geblieben. Ja. Jetzt kommt die Kurve. Sachse, fahr dich wieder richtig. Oder auch nicht. Und Hotter, ja. Und Butter. Ich bin echt böse gewesen. Ich hab nen Checkpoint jetzt verpasst. Ich bin böse. Butter ist ein Spitzenach. So schleimig. Wer ist weiß? Das sind zwei. Ich bin weiß und da vorne ja. Wer ist jetzt hier vorne? Mils, Kundran und Hotter sind vor dir dadurch. Der andere weiße ist... Achso, ich bin der andere weiße. Ja, das ist Mils, Kundran ist zweiter und Hotter ist erster. Jetzt haben wir gerade Plätze getauscht. Kundran und Mils kämpfen. Mettlung richtig. Da ist nicht mehr viel drin leider. Nei. Maxi-McGloff-Kommentator. Maxi-McGloff-Kommentator. Kommen wir nochmal ran. Der Wind. Ja, kommt drauf an, wenn das Springende verkehrt. Ja, wenn einer jetzt blöd aufkommt. Ich komm blöd auf. Ja, aber du bist zu weit weg. Okay. Gehen um die anderen. Ne, Kundran kriege ich auch nicht mehr. Jawollo. Oh mein Gott. Fliegende Kaksche. Ich komm kack. Hätt's doch nicht für die gehabt, Nils. Ich hab dich nicht absichtlich gerammt. Ich weiß nicht, du würdest oder du hast dich deswegen geräumt. Ey, ich hatte aber so Glück, ne? Wo ihr drei Euro Schritt gebaddelt habt. Du hast doch gerammt, ey. Du bist einfach durch die Mitte durchgerammt. Du hast alle aus dem Weg geräumt, Hotter. Nee, nee, nee. Ist zu weit weg. Das war geil. Wir sind geflogen. Warte, Juli hat den Ziel. Juli bekommt Punkte. Nein. Mach zu weit. Oh. Aber so nah am Ziel war sie noch nie dran. Nein, doch. Abkürzung. Das ist gut, so spart man Zeit. Nein. Nicht durch die Röhre. Sehr gut. Wie schafft man das? Oh, was? Schon zu Ende. Malus, bist du noch wieder online oder bist du raus? Ich bin raus, Patti, die eine Strecke noch. Okay. Nächste Woche läuft's bestimmt besser. Hoffen wir's. Dann tage ich mir auch immer. Da kommt der Weihnachts-Patch. Also, ich würde mir inzwischen noch einen Patch wünschen, damit der heutige wieder gut gemacht wird. Einfach wieder entfernen die Patches. Ja, und ein Weihnachts-Patch drauf. Weihnachts-Patch. Hö, das ist Schneid. Hö, das ist Schneid. Hö, das ist Schneid. Hö, das ist Schneid. Alle Maps mit Schnee wären doch geil. Wieso ist das eigentlich, wäre das eigentlich Ska-Player? Hä, wieso? Wo ist denn der? Ach ja. Ja, der Name ist einfach nur, wahrscheinlich ist das Manus. Von dem, der wird das hinkommen. Ja, ja. Nachher ist jemand anders. Random. Also, ich weiß, dass der, glaube ich, aus meiner Liste rauskommt. Ja, nein, aber das ist, die Namen sind doch sowieso schon verbuggt. Manchmal ist der Sachse zweimal drin und sowas. Ja, ja. Gar nicht drin ist eigentlich. Ja, ich hatte zwei Persönlichkeiten. Ja. Und die sind beide auf der... Okay, und jetzt nehmen wir den Reaper. Reaper. Aber what? Reaper, ja. Die, die, scheiße. Was bist du? Ich hab übrigens, das sind wir überhaupt nicht gesetzt. Hast du 9000 auf dich selbst gesetzt? Nein, ich hab, ich hab die gesamte Zeit immer noch gar nichts gesetzt. Ich hab mir überlegt, das ganze Geld, das ich immer beim Wetten verloren hab, weil ich so kacke fahr, kann ich auch darin einlegen, Wachen zu kaufen. Irgendeiner hat 9-3 auf Nils gesetzt, alles klar. Spawn hat sie jetzt da. Ja, hauptsache Spawn ist nicht bei Anne. Hat seine Vorteile. Ich bin Spawn. Wuuu. Glaub, Anne steht wieder genau neben. Fünfzig Prozent fliegen eh durch die Kurve da vorne. Das ist Anne. Ja, das ist auch Anne. Das muss eine Anne sein. 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 Ich brems heute. Ich hab nichts mit dem zu viel, was ihr hier macht. Ganz genau. Ja! Einfach mal. Oh, 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 it's the sound of the police. Oh, 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 oh. Ohne Scheiße, was macht die hier für Kindergarten, du? Hey, lass mich! Oh, Butter! Oh, Frenzi! Hey, ich geh weg! Alter! Oh, war das ein Lack, dass es Freezy Mini mitgenommen hat. Komm, gib mir noch einen Checkpoint. Na, Freezy? Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ja, richtig. Da ist auch sonst niemand mehr. Sogar Julie ist vor dir. Das ist ein epic Diss. Was ist hier los? Pass auf, da ist noch eine Röhre. Was, ihr seid schon da? Oh, hab ich so viel Zeit verloren beim Rappen. Irgendjemand hat in der Röhre gerade Öl gepullert. Öl gepullert? Öl gepullert? Öl gepullert. Mal ohne Witz, was ist denn mit diesem Auto? Hat sie bei der Röhre gerade ausfallen? Es liegt immer an den anderen. Die anderen riecht so wie so ein spastiker Lenken. Achso, das ist der doch, ja. Nein, ich schutz mir nicht. Boah! Aber ich hab nochmal den Stauber mitgenommen. Ja, in der Röhre musst du wirklich kaum lenken. Selbst wenn du an die Decke fährst oder so, das geht ja auch. Oh nein, das ist der Sprung. Ich muss mal fragen, was in der Röhre eigentlich die beste Strategie ist. Ein bisschen lenken, aber dafür einsamer werden oder einfach zu tragen das? Nee, ein schönen Schwung von der Wand. Schön weit hoch. Schön weit hoch, damit du am Ende wieder runterfahren kannst. Oh mein Gott. Ja, schon wieder einmal eingelenkt. Was, was, was? Da höre ich verrückt, wer? Zumindest steigst du nicht die ganze Zeit aus, Icon. Das ist das Skill, okay? Ja, bist du da jetzt gerade wieder dabei oder was? Nee, nee, ich warte nur drauf da. Das ist so. Das wäre so der einzige Grund, warum ich selbst in der Single Lobby mittlerweile verlieren würde. Boah, die Top 3 sind zu weit weg. Die Top 8? Nee, nee. Top 3 sind raus. Okay, ist raus. Ich bin ja Vierter und ihr seid ewig weit weg. Der letzte ist der coolste. Du weißt, dass es da vorne ziemlich eng wird. Der einzige, der noch einholbar ist, ist Kunran, ist das glaube ich. Kunran ist der dritte? Wer ist eins und zwei? Ist Nils dabei? Nils ist erster, ich ist zweiter gerade. Guck mal, das Spiel hat mich die letzten paar Runden immer sabotiert. Eigentlich fahre ich immer bei der Spitze mit. Ja, eigentlich auch, wisst ihr? Der Anfang auf der Strecke war gerade einfach der Hammer, ey. Du hast Platz. Du bist so gut, das Spiel kann gar nicht erkennen, dass du ehrter bist. Das klappen wir. Irgendwie sind immer vier oder fünf Leute von der Untergang. Das war der Randtreifen. Aber es hat geklappt. Oh nein. Sorry, sorry, sorry. Gut. Ich hab extra gewanns. Oh nein, du schlägst drüber, oder? Ja, das hat sich gelohnt sogar. Boah. Boah. Jetzt geh ich hoch. Ah, jetzt schwuckeln sie. Nein, ich hab das verkackt. Oh. Ups. Ups. Danke. Ich hab dich mit Beider getragen. Ich geh hoch. Nein. Crazy nein. Guck mal, warum hast du das verkackt und ich seh die nicht? Er hat es eigentlich, ja, verkackt. Aber irgendwie hab ich mein Auto noch gefangen. Wenn wir uns hier berühren, ist tödlich. Oh, berührt er kann man. Kommst du jetzt auf die Stab auf? Ja, ich komm auf die Stab auf. Nein. Ja, am dritten. Das ist ja nix. Cooler an, ey. Oh Gott, ich schaust nicht über die Klippe drüber. Natürlich. Ich flieg zu weit rechts. Nein. Oh, ich bin oben gelandet. Das hat mein Arsch gerettet. Ich bin so langsam gewesen, dass ich es nicht drüber geschafft habe. Ich wurde gebremst an dem Stopper. Ja, ja, der ist aber auch gerade. Als erster bremst du da immer, hab ich das Gefühl. Das lohnt sich extrem, den Stopper nicht zu erwischen. Das ist super hart. Ja, natürlich. Ich bin grad weggegangen. Aber du kannst auch so das Pech haben, dass du zu weit fliegst da, ne? Und dann fliegst du mit dem Kopf da irgendwie umgegen. Ja, dann fliegst du ja nicht zu weit. Du kannst ja auch drauf fliegen. Oh, die Fresse. Also ich war oben drauf grad gelandet. Stopper nicht nett. Kannst du nicht trotzdem noch weiter fahren? Weil du oben drauf landest? Ja doch. Aber du kannst auch Pech haben, dagegen zu fliegen. Achso, ja, genau. Ich bin nicht gegen den Stopper. Nein, 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 nein. Oh nein. Hotter, nein? Das ist ein Color. Oh Mann. Tja, du Kugel. Tja, du Kugel. Tja, du Kugel. Was? Ich glaube, da gibt's keinen fünften mehr. Ich bin fünfter. Jetzt haben wir mich gleich runter geraten. Jetzt haben wir noch Nummer 10. Ich ramm hier nicht. Dann kommen wir die noch mehr, oder? Ich glaube schon. Was ist denn das für die Akkorde? Deswegen haben wir drei Runden vor. Weil es die letzte Strecke ist. Für die Zuschauer, Leute. Die Fans. Dann bin ich raus. Fans. Vielleicht kommt der nochmal ran. Nein, ich halte dich entgegen. Und der ist nochmal dran. Oh ja, der kommt richtig nah. Really? Ich schubs nur. Oh mein Gott. War nur geradeaus. Ganz laut sagen, du. Ich verstehe nicht, warum ich bei dem Sprung... Oh Gott. Jetzt kein Windschatten. Oh Gott. Wieso? Wäre hier nicht schlecht. Ich bin hier schon mal über den Checkpoint drüber geflogen. Da sind sie. Da haben wir sie. Denken an beide mittig, sonst kommen wir da nicht rein. Ja. Da ist nicht von Pixel. Ich weiß. Hey, warum... Ich weiß nicht. Geh hoch, geh hoch. Geh hoch, geh hoch. Oh shit, oh shit. Geh wieder hoch. Oh shit. Nein, Dani. Sorry. Könntest du dich fangen? Yes. Nein, das war... Du hast nicht gebremst. Nein, das war's. Bremsen ist ja auch gut. Oh, sorry. Aua. Oh. Ich glaube... Schwarzes Auto in der schwarzen Röhre, ey. Und er sitzt zurück. Hab ich nicht gesehen. Ich glaube, ich kann mich von meinem fünften Nationalplatz anschieben. Ich glaube, ich bin grad... Ja, ich... Komm, jetzt nochmal oben drauf. Oben drauf. Ich krieg nen Boost. Ich krieg die Bremse, meine ich. Oh. Konrad, bist du da oben? Habt ihr das gesehen? Das hat voll... Ich hab nur noch so Schnappi mal rumfliegen sehen gerade, ey. Das war so geil. Ich... Ich komm unten auf. Auf dem Hubbel. Wird dadurch nach oben gefeuert. Krach eigentlich vorne dagegen. Und... Ja. Nice. Hoi. Ah, da wollte ich Kundenan nicht rampen, ey. Mann. Bei Puppenpiraten da hinter mir. Auf dem E-Mail hab ich gedriftet. Ja, die ist doch! Nie! Ach, Mann, jetzt... Was ist das für ne Scheiße, ey. Ganz ehrlich. In dem Fall kann ich dir trotz sagen, diesmal war ich... Oh Gott, da kommen ja noch zwei. Ja, Frizin reicht sich immer an, der redet ja auch drei Runden nicht. Damit er hier mitfahren kann. Ich hab nicht ein Wort gesagt. Hey, ich wurde überrundet. Es wird immer bitter. Von Maxi stand da. Ja, dann aber auch von der Zwei. Ja, aber da stand nur von Maxi. Von euch nicht. Wann ist eigentlich ihr Ziel? Es kommen noch so drei, vier Kurven. Jetzt kommt noch eine Kurvenkombination. Ne, ne. Doppelte links, dann kommt nochmal doppel rechts, dann kommen wir links. Aber immerhin seh ich euch einmal wieder. Das ist auch toll. Dann seh ich euch nie. Oh Leute, das wird jetzt richtig hart. Jetzt wird's ernst. Alter! 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 Ah! 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 Das wär so gut gewesen. Alter, hab ich dir die Zeige genommen. Ey, ich glaub's nicht. Ey, das wär das beste Finish gewesen. Das Foto-Finish. Das ist der Dank dafür. Du bist aber auch so links 45 Grad weggefahren. Ja, weil Kunrad hat dich von rechts rüber geschuckt, dass du mit deinem Hinterheck gegen Dalu gefahren bist, ne? Ja, ich glaub, ein Stück weit rübergezogen bin ich selber. Dann kannst du aber suchen. Achso. Dann bin ich auf jeden Fall gegen was gestoßen, was mich gedreht hat. Genau. Wer ist das Mensch vor mir? Du warst sogar ein bisschen selbst mit Schuld. Ja. Juli, was tust du die ganze Zeit? Ja, ich hab mit C verloren, also. Es hatte eigentlich niemand darauf gedacht, dass Juli... Aber wieso fahren dir dann auch sechs Leute? Also, Dalu, du zahlst fünf Euro in die Travelton-Kasse. Manus zahlt fünf Euro in die Travelton-Kasse. Sachse auch. Es hat ja niemand darauf gewettet, dass Juli keinen Punkt kriegt. Das heißt, das Geld muss jetzt irgendwo... Also, keiner gewinnt, ja. Also, bleibts bei mir. Juli! Was? Was ist los? Das war Sachse. Mach das jetzt rückwärts, Bitches. Ha! Hey, warum geht der Boost nicht rückwärts? Weil du rückwärts fährst. Ja, aber das ist doch doof. Ja, das ist... Ich glaub, ich hätte Erster werden müssen. Ja. Dann hätt ich vielleicht noch gewonnen... Nee, Bulli, du hast... Mir ist das egal. Solange ich auf dem fünften Platz bleibe im Hauptranking, hab ich mein komplettes... Mensch, das Rennen war so toll und dann kommen die Spacken da und dann haut Nils raus. Die 9000 auf Nils weg. Ja. Ja. Das hätte so... Achso, da... Du mal, ihr 3 mit 2, 43, da hab ich nochmal aufgeholt. Ich wär noch das... Nee, wenn ich Erster geworden wär, hättest du verloren. Alles klar, alles easy. Ich fäll dich noch ab. Ja, Leute. Oh, da... Ich bin rausgeflogen. Geniale Session GTA 5. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, schaut bei allen anderen vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.